Hallo und herzlich willkommen zu Vlog 39 und mein Thema heute ist Vorsätze 2. Warum 2? Nun, es gab schon am Anfang des Jahres einen Vlog darüber, über Vorsätze. Ja, 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 bloß sind nicht so viele Kommentare eingegangen, was eigentlich schade ist, aber kann man ja nichts machen, ne? Ich hatte auch Vorsätze 2011 und die habe ich im Großen und Ganzen erreicht. Warum im Großen und Ganzen nun den einen Vorsatz, den ich mir gesetzt habe, habe ich im Nachhinein, wenn man das jetzt auf jetzt, gerade auf heute betrachtet, schon erreicht, aber wenn man das aufs Jahr sich anguckt, nicht. Kann man jetzt so oder so sehen wieder, aber für mich ist das nicht erreicht. Ja. Eure Vorsätze? Habt ihr eure Vorsätze überhaupt erreicht? Wisst ihr überhaupt noch, welche Vorsätze ihr hattet, wenn ihr unten posten und sagen, ob ihr es erreicht habt oder nicht? Wenn nicht, ist es ja auch nicht schlimm, wenn ihr nicht wisst, welche Vorsätze ihr habt oder hattet. Auch nicht schlimm. Macht ja nichts. Also, da habe ich ja drüber erzählt, dass einige das machen, andere wiederum nicht. Beziehungsweise manchmal. Ja. Meine Vorsätze habe ich erreicht. Leider kann ich nicht so viel darüber jetzt erzählen, weil ihr hattet ja keine mehr geschickt und dementsprechend verabschiede ich mich jetzt schon wieder von euch. Boah. Frohes Fest. Und wir sehen uns dann zum nächsten Vlog wieder. Zu Vlog 40. Also, bis dann.